Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Ein etwas spezielles Video. Heute fliegen wir zu keinem Planeten, sondern wir reparieren unsere Welt. Ihr erinnert euch vielleicht vor zwei Wochen, wo ich ein Update Review gemacht habe zur 1.5.10 und dort habe ich auch darüber geredet, dass es keine Challenges mehr gibt bei alten Welten bzw. die Erfolge, die man vorher hatte, nicht auf Challenges übertragen werden. Und das schauen wir uns heute an und reparieren quasi unsere Tutorial-Welt und bringen sie zurück zum alten Glanz. Zusätzlich will ich tatsächlich den Modus, den Spielmodus ändern und zwar zu Herausforderungen, denn wir haben bisher keine Cheats benutzt. Darum ging es ja in der Tutorial-Serie. Keine Expansion in irgendeiner Art. Und das werden wir quasi heute verändern, dass wir gar nicht erst anfangen, irgendwelche Expansionen bzw. irgendwelche Cheats zu benutzen. Wir gehen mal auf Spielen. Dort haben wir meine Testwelt, in der ich etwas vorbereitet habe. Ich habe sehr lange herumgespielt und ja, ich habe Cheats benutzt und ja, ich habe die Welten, den Weltenordner mit den Challenges verändert. Aber an sich habe ich ganz sicher alle Challenges bekommen. Ihr seht, das sind wirklich alle. Überall steht quasi N von N, also 1 von 1, 2 von 2, 3 von 3, 6 von 6 und so weiter und so fort. Also wirklich alle Challenges sind verfügbar. Dann bin ich in den Weltenordner gegangen und habe quasi die Challenges alle herauskopiert. Und ich habe sie mir abgespeichert, damit man sie in andere Welten einfügen kann. Und das machen wir heute. Dazu gehen wir erstmal wieder ins Hauptmenü und schließen SFLS. Dann gehen wir rüber in irgendeinen Dateimanager, irgendeine Art. Ich benutze hier zArchiver für Android. Ihr könnt für iOS, könnt ihr Documents benutzen. Und wenn ihr die Steam-Version spielt, dann habt ihr ganz sicher schon einen internen Dateimanager. Da braucht ihr kein extra. Jedenfalls die ganzen Speicherorte sind auch in der Videobeschreibung. Ich werde das hier für Android nur genauer erklären, da ich auf Android bin. Wir gehen einfach mal auf Android, auf Data. Dann scrollen wir nach unten. Dort ist der Weltenordner. Da ist auch so eine kleine Vorschau. Da klicken wir drauf und dann auf Files. Das ist quasi der Hauptordner. Wenn ihr auf Steam seid, dann sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Zum Beispiel die beiden Ordner hier sind in einem Extraordner, der Spaceflight Simulator-Data heißt. Also ein bisschen anders wird schon aussehen, aber damit beschäftigen wir uns heute gar nicht, sondern mit Saving. Das sollte überall gleich sein. Quasi, wenn ihr den Weltenordner öffnet, dann sollte es den Ordner Saving geben. Wenn wir da mal draufklicken, dann gibt es einmal die Baupläne, Benachrichtigung, Einstellung und dann unsere Welten. Wir klicken auf Welten und dann wählen wir die Welt aus, die wir quasi reparieren möchten. In dem Fall die Tutorial-Welt. Wir haben wieder einige Ordner. Backup, Blueprint, Persistent, Persistent, Quick Save, Revert to Launch und World Settings. Wir werden uns einmal World Settings anschauen und einmal Persistent. Persistent ist quasi der letzte Speicherstand, wenn ihr die Welt verlässt. Das heißt, es ist quasi das Allerneueste und wenn die Welt neu öffnet, dann werden die Dateien daraus geladen. Das öffnen wir tatsächlich zuerst und da haben wir wieder einige Dateien, unter anderem die alten Achievements, die dummerweise nicht in die Challenges übertragen werden. Jedenfalls, das machen wir jetzt. Wir gehen hier einfach auf Challenges. Wir öffnen das, klicken auf Öffnen. Wenn ihr auf Android seid, könnt ihr Code Editor benutzen. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf iOS seid, könnt ihr Coder benutzen. Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die Steam-Version spielt, dann habt ihr den Texteditor von Windows. Also dort sollte es kein Problem sein. Jedenfalls, ich habe hier quasi meinen Status mit leeren, eckigen Klammern. Eine leere Liste quasi bedeutet, ich habe keine Achievements erreicht, was natürlich nicht wahr ist. Heißt, wir löschen das einfach mal. Und jetzt wollen wir hier die Challenges einfügen. An sich könnte man alles per Hand eintippen, aber ich habe es mir einfacher gemacht. Dann gehe ich mal auf Schrappgeschütz, so, damit die Tastatur weg ist. Und dann haben wir die ganzen Challenges, die es momentan quasi mit normalen Sonnensystemen gibt. Und ich habe die auch nach Planet sortiert. Das heißt, eigentlich habe ich die in einer ganz anderen Reihenfolge bekommen, aber egal. Jedenfalls haben wir oben den Merkur, zwar einmal One Way, wenn man nur auf dem Merkur landet, und Landing, wenn man auch wieder zurückkehrt, sind quasi die beiden, die man bei Merkur bekommen kann. Venus hat quasi genau dieselben, auch wieder One Way und Landing, wieder nur auf der Venus landen und auf der Venus landen und zurückkehren. Dann haben wir die Erde, Lift-Off unterstrich Null. Das erste Mal, wenn ihr eine Rakete startet, bekommt ihr diese Challenge. Reach, 10 Kilometer und 30 Kilometer, wenn ihr jeweils die Höhen in der Erdatmosphäre erreicht habt. Reach, Downrange, wenn man 100 Kilometer vom Weltraumzentrum entfernt landet. Und das habe ich auch ganz sicher schon in einem meiner Videos geschafft. Bin mir nicht ganz sicher, aber ganz sicher eigentlich. Dann Reach Orbit, wenn man den niedrigen Erdorbit erreicht. Orbit High, wenn man den hohen Erdorbit erreicht. Moon Orbit, wenn man den Mondorbit erreicht. Land Moon, wenn man auf dem Mond landet. Moon Tour, wenn man quasi drei Sehenswürdigkeiten auf dem Mond besichtigt. Unter anderem zum Beispiel den Kopernikus-Krater, Gale-Krater und eine der Tiefebenen. Jeweils insgesamt drei mit einer Rakete. Dann bekommt ihr diese Challenge auch. Asteroid Crash, wenn man auf den Erdnahen Asteroid einkracht mit über 200 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit. Und zu guter Letzt Land Near Earth Asteroid, wenn man quasi auf den Erdnahen Asteroiden dann landet. Land Mars, wenn man auf Mars landet. Mars Tour, wenn man Mars, Phobos und Deimos mit einer einzelnen Rakete besucht. Land Phobos, Land Deimos, wenn man quasi beiden Monde besucht. Und da haben wir die Jupiter-Monde genauso wie hier vorhin. Einmal auf EU, Europa, Ganymede und Callisto. Und Jupiter ist leider selber nicht dabei. Was sehr schade ist. Heißt quasi mein letztes Tutorial-Video, was ich gemacht habe. Beziehungsweise beide Tutorial-Videos sind total irrelevant. Und ich habe eine Stunde Video hochgeladen und irgendwie zwei, drei Stunden Videomaterial erstellt. Also ein bisschen doof, aber naja gut. Vielleicht kommen noch in Zukunft neue Challenges hinzu. Das kann gut sein. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es tatsächlich, dass man auch eigene Challenges machen kann. Und zum Beispiel eben, dass man einmal in die Jupiter-Atmosphäre einfach eintreten muss. Damit man auch wirklich alle Planeten besucht hat. Wenn ihr übrigens eigene Sonnensysteme habt, dann kann es gut sein, dass erstmal die nicht existieren. Und dass ihr dann ein paar merkwürdige Challenges habt. Zum Beispiel hier haben wir Land-IO. Und die werden quasi für alle Planeten hinzugefügt. Also ihr habt einmal Land-Unterstrich und dann den Namen des Planeten. Und das ist völlig irrelevant, ob der Planet eine Oberfläche hat. Das heißt, wenn ihr Saturn zum Beispiel hinzufügt, dann steht da auch Land-Unterstrich Saturn. Also müsstet ihr dann auf Saturn landen. Aber Saturn ist ein Gasplanet und Gasplaneten bestehen aus, naja, Gas steht ja im Namen. Und Gas ist ein anderer Zustand der Materie als Fest. Und nur auf Fest kann gelandet werden, nicht auf Gas. Dementsprechend kann man nicht auf Saturn landen, weil Saturn ist ein Gasplanet. Ich glaube, ihr wisst, wohin ich damit will. Das ist dann einfach eine Challenge, die man nicht erreichen kann. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, die gemacht werden muss. Aber an sich sind wir jetzt quasi hier im Status, quasi die 1.5.10. Man kann nichts weiter verändern. Die sind alle, die verfügbar sind. So, wir nehmen die jetzt einfach. Wir kopieren die und gehen hier wieder zurück zu den Challenges von unserer Tutorial-Welt. Und wir fügen die ein, ja. Und nochmal, bitte betrügt nicht. Es ist ein einfaches Handy-Spiel, ja. Braucht man nicht betrügen. Bitte macht es einfach nicht. Und ich werde tatsächlich auch die Challenges, die ich nicht erreicht habe, auch wieder entfernen. Also hier auf Callisto, Ganymede, Europa, Io landen. Das habe ich nie erreicht. Und dementsprechend lösche ich es. Immer darauf achten. Das letzte Element braucht kein Komma dahinter. Ansonsten gibt es Fehler. So, wir sind auf Phobos, auf Deimos gelandet. Wir haben die Mars-Tour gemacht. Ja, wir haben Mars, Phobos und Deimos in einer Rakete quasi erreicht. Wir sind auf dem Mars gelandet. Aber wir haben noch nichts mit den Asteroiden gemacht. Das heißt, der muss wieder weg. Wir haben keine Mond-Tour gemacht. Wir sind nur einmal darauf gelandet. Und einmal mit einem Rover. Wir haben auf jeden Fall den Mond, wir sind auf dem Mond gelandet. Wir sind im Mond-Orbit eingetreten. Den hohen Erd-Orbit haben wir erreicht. Den niedrigen Erd-Orbit haben wir erreicht. Wir sind auch ganz sicher quasi 100 Kilometer von der Startplattform entfernt gelandet. 30 Kilometer, 10 Kilometer und starten haben wir alle erreicht. Wir sind auf der Venus gelandet und auch auf dem Merkur. Und dementsprechend haben wir jetzt alle Challenges. Das können wir speichern und können wir schließen. So, wir gehen noch mal kurz zurück. Ein Ordner da drüber. Und dann gehen wir auf World Settings. Denn hier kann man dann auch den Spielmodus verändern. Wir haben dann hier Solar System, Doppelpunkt, Name, Doppelpunkt, Nichts. Quasi das Standard-Sohnensystem hat gar keinen Namen. Da haben wir Mode. Mode, Doppelpunkt, Null. Und dort tippen wir zwei ein. Null ist quasi Kreativmodus. Eins ist Karriere. Zwei ist hier Herausforderungsmodus. Allow Quick Saves. Das lasse ich an, quasi, dass ich Zwischenspeicher machen kann. Ich habe es auch bisher gemacht. Also bringt es jetzt nichts, wenn ich es auf Falsch mache, auf False mache. Das ändert gar nichts. Difficulty lasse ich auf Null. Denn wenn ich die jetzt auf Eins packen würde, dann hätte ich ja die größeren Planeten. Und mein Mondrover zum Beispiel würde dann irgendwo im Mond herumdümpeln. Und das werde ich nicht. Also lasse ich das auch so. Dann, was noch interessant, ja, das ist irrelevant, irrelevant. Die Cheats, die sind natürlich alle ausgeschaltet, damit man die gar nicht erst benutzt. Und sowieso, wenn man den Modus hier auf 2 setzt, dann sind die auch gar nicht mehr verfügbar. Einfach speichern und dann können wir das wieder schließen. Und zurück zu SFS gehen. Das Spiel einmal neu starten, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sollten die Änderungen sichtbar sein. So, SFS einmal neu gestartet. Wir gehen auf Spielen und schauen uns die Tutorial-Welt an. Ihr seht, der Modus ist Herausforderung. Schwierigkeit ist noch normal. Das heißt, das hat auf jeden Fall geklappt. Wir gehen mal auf Spielen. Und dann schauen wir uns die Erfolge an, die wir schon erreicht haben. Also wir haben den Merkur, da haben wir alles erreicht. Wir haben die Venus, haben wir auch alles erreicht. Die Erde, haben wir auch alles. Mond fehlt uns noch eins. Die Besichtigung, aber das machen wir noch. Eingefangene Asteroid, haben wir noch gar nichts gemacht. Der wurde ja auch erst hinzugefügt. Mars haben wir beides gemacht. Und Phobos und Deimos haben wir natürlich auch. Und zu guter Letzt fehlen uns dann noch die vier Jupiter-Monde, wo ich tatsächlich gar nicht weiß, ob man das überhaupt ohne irgendwelche Expansionen machen kann. Jedenfalls war es das im Grunde. Wir können noch mal kurz in den Cheats vorbeischauen. Und ihr seht, Cheats sind nur in Welten mit dem Kreativ-Modus verfügbar. Also die können wir nicht anschalten. Und die bleiben so. Und das war's. So kann man Welten wieder zurück zu ihrem alten Glanz bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.